Die heiligsten Orte ihrer Glaubensrichtungen Und manche sogar knapp darüber Die Gabeskirche in Jerusalem Sechs Konfessionen Der heiligste Ort der Christen Und den Schlüssel hat ein Muslim Wenn hier die volle Orgel ertönt Dann ist es nochmal schöner katholisch zu sein Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen Sie versuchen, die Tür hier zu legen Wenn sie zu viele Probleme machen Dann kann ich es schlafen Aber ich mache zu viel Migelfahr ist immer da Dass Jesus neben mir steht Und ich haue ihm auf die Schulter und sage Was willst du denn hier Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020